Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Channel von Obermann Consulting aus Köln. Wir sind ein Beratungsunternehmen spezialisiert auf professionelles Assessment und Führungskräftetrainings. Wir sind damit weltweit branchenübergreifend unterwegs und wir möchten im Jahr 2020 unsere selbstentwickelten Tools und Light-Modelle, die auf wirtschaftspsychologischer Forschung basieren, mit Ihnen teilen. Wir haben uns dazu überlegt, auf YouTube anzukündigen, dass wir ab sofort wieder monatliche Webinare anbieten, zu denen Sie sich in unserem Web www.obermann-consulting.de anmelden können, und zwar kostenlos. Das gleiche geht auch über unseren LinkedIn-Kanal. Den Link dazu werden Sie unter dem Video finden. Und worum soll es dieses Mal gehen? Wir möchten gerne starten mit unserem übergeordneten 3x2-Leadership-Framework. Das ist ein Light-Modell, welches sämtliche Führungsaufgaben systematisch darstellt und organisiert, sodass in Führungskräftetrainings ein roter Faden, ein System vorliegen, sodass Führungskräftetrainings-Teilnehmer zu jeder Zeit das Gefühl haben, sie wissen ganz genau, wo befinden wir uns gerade, was ist der Führungsimperativ, was ist die Psychologie dahinter, zu welchem Performance-Outcome soll das Ganze führen und welches Tool kann ich dafür benutzen. Die Tools sind möglichst gehirngerecht dargestellt, sodass die schon am nächsten Tag eingesetzt werden können und das sofort und in der Praxis. Das wird uns rückgemeldet als äußerst wirksam und deswegen sind wir der Meinung, sollten Sie davon mehr erfahren. Wir bieten Ihnen dementsprechend monatliche Webinare an, zu denen Sie sich anmelden können. Starten Sie diesen Monat mit dem 3x2-Leadership-Modell am 25. Februar um 11 Uhr. Wenn Sie im Vorfeld schon Informationen dazu haben möchten, laden Sie unser White Paper zum Thema 3x2-Leadership-Framework von unserer Homepage herunter oder vom LinkedIn-Account. Ich würde mich sehr freuen, Sie am 25. Februar begrüßen zu dürfen. Stellen Sie Fragen, diskutieren Sie mit. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.